Diese 10 Thermomix-Hacks sollte wirklich jeder Thermomix-Besitzer kennen. Hi, ich grüße dich wieder hier aus der Main-Zaubertopf-Küche und heute habe ich 10 praktische Thermomix-Hacks, die jeder Thermomix-Besitzer kennen sollte und ich bin gespannt, ob du alle kennst. Lass uns starten mit einem einfachen Thermomix-Hack und da geht es um den Teig. Da zeige ich dir nämlich mal, wie du den super einfach aus dem Mixtopf rausbekommst. Den Hefeteig habe ich schon hier drin und dann kippst du den Mixtopf einfach um und drehst hier so ein bisschen an der Schraube. Das kannst du entweder mit den Fingern machen, einfacher geht es natürlich hier immer mit dem Teig-Twister und dann plumpst der wirklich so komplett raus und jetzt siehst du, es sind ja immer noch ein paar Reste da. Das heißt, du kannst das jetzt einfach nochmal raufstellen und für ein paar Sekunden Turbo drücken, dann schleudert der Teig nochmal vom Messer, dann kannst du nochmal mit dem Spatel da rumfahren und dann ist der Mixtopf wieder relativ blank. Statt der Turbo-Taste könntest du übrigens auch Stufe 10 verwenden. Jetzt siehst du das ganz gut, das ist alles hier vom Messer weg und dann kannst du hier wirklich nochmal gut rumfahren und alles, was du jetzt rausholst, hast du nachher nicht in deiner Spülbürste. Und wir kommen jetzt zu Thermomix-Hack Nummer 2 und da dreht es sich um den Spatel, weil der hat gleich mehrere richtig praktische Funktionen. Zum einen kannst du da mit der kleinen Nase ja hier den Garkopf rausholen, aber nicht nur das, du kannst, wenn du den hier ablegst auf den Mixtopfdeckel, kannst du den Inhalt auch erstmal abtropfen lassen. Das heißt, du hast keine Tropfen mehr auf der Arbeitsfläche. Super praktisch. Dann haben wir ja noch den Kragen hier drum. Der ist ja einmal dafür da, dass wenn du den Spatel zur Hilfe nimmst und den hier oben durchsteckst, dass nichts ins Mixmesser gerät oder der Spatel zumindest nicht zerkleinert wird und wenn du das Ganze auf die Arbeitsfläche legst, wenn der dreckig ist, berührt er den auch nicht. Also ein sehr praktisches Zubehörteil. Kommen wir zu Thermomix-Hack Nummer 3 und das ist das automatische Abtrocknen mit dem Thermomix. Du kannst nämlich, wenn der Thermomix nass ist, einfach ein Handtuch da reinlegen und für etwa 30 Sekunden den Linkslauf auf gar keinen Fall vergessen. Stufe 1, alles abtrocknen. 30 Sekunden, Linkslauf nicht vergessen, sonst hast du hinterher Löcher in deinem Geschirrtuch. Und auf 1. Unser Thermomix sollte jetzt trocken sein und im besten Fall ist auch noch das Handtuch heil. Das sieht alles gut aus. Das Handtuch hat auf jeden Fall keine Löcher und der Thermomix ist auch trocken. Wenn du jetzt etwas malen möchtest, generell auch nach dem Spülen und nicht sicher bist, ob vielleicht noch ein bisschen Wasser unter den Messern ist und du auf jeden Fall einen trockenen Mixtopf brauchst, dann gibt es noch einen kleinen Trick. Stell den einfach nochmal raus nach dem Abtrocknen und mach für ein paar Sekunden, stellst du den Thermomix nochmal auf Stufe 10, ohne Linkslauf. Und sollte sich noch Wasser unter dem Messer befinden, ist es spätestens jetzt weg. Und dann kannst du nochmal mit dem Handtuch um den... oder am Rand langfahren. Guck, in dem Fall wäre nämlich tatsächlich noch ein bisschen was da gewesen. Und das wäre, wenn wir jetzt Puderzucker gemahlen hätten oder Mehl gemahlen hätten, nicht so toll. Machen wir weiter mit Thermomix Hack Nummer 4. Das betrifft dich, wenn du dein Thermomix unter Hängeschränken stehen hast, dann gibt es nämlich einen ganz einfachen Trick, damit du den Dampf umleiten kannst. Insbesondere, wenn du sowas wie Suppe kochst, Kartoffeln oder Reis, dann kannst du nämlich einfach deinen Varomadeckel hier hinten zwischenklemmen und dann wird der Dampf komplett weggeleitet. Machen wir auch gleich weiter mit Thermomix Hack Nummer 5. Du kannst im Thermomix nämlich tatsächlich Eisbergsalat schneiden. Dafür nimmst du Eisbergsalat, teilst den je nach Größe in 4 bis 6 Teile, gibst das in den Mixtopf und dann kannst du den einfach circa 20 Sekunden auf der Knetstufe zerkleinern. Ich zeige dir das Ganze jetzt einmal. Ich gebe keine Zeit ein, sondern gucke ein bisschen hier mit durch den Deckel. Ich glaube, das reicht schon, der war ziemlich groß. Und dann machen wir die Teigstufe an und dann dreht sich das ja immer viermal rechts rum, fünfmal rechts rum, einmal links rum, so rum, das ist richtig. Und dein Eisbergsalat ist gleich automatisch so schön zerkleinert, ohne zu schneiden. Und klein ist der Salat und zwar nicht so ganz klein gehäckselt, sondern wirklich noch richtig gute Stücke. Perfekt für deinen nächsten Salat. Machen wir weiter mit Thermomix Hack Nummer 6. Und da dreht es sich um das Mixmesser in der Spülmaschine. Da fragen sich immer ganz viele, wo packe ich es rein? In den Besteckkasten oder so? Dann greift man da vielleicht rein und verletzt sich. Gibt es einen ganz einfachen Trick. Du stellst deinen Mixtopf ja sowieso unten in die Spülmaschine. Das heißt, der steht so. Und dann kannst du das Mixmesser einfach hier oben platzieren. Das heißt, es kommt überall gut Wasser rein. Das heißt, richtig, richtig sauber danach und verletzen tust du dich auch nicht. Thermomix Hack Nummer 7 ist wieder so ein richtig praktischer Helfer. Du kannst nämlich dein Zubehör vom Thermomix richtig gut als Küchenhilfe verwenden. Zum Beispiel dient der Varoma auch zum Früchte waschen, als Nudelsieb und auch als Salatschleuder. Genauso wie der Garkorb zum Beispiel ein Sieb werden kann. Und wir machen auch schon gleich weiter mit Thermomix Hack Nummer 8. Und da geht es um das staubfreie Mahlen von Puderzucker oder Mehl. Dafür brauchst du hier so ein Küchenpapier. Das klemmst du dann dazwischen. Wir machen jetzt einmal hier Zucker in den Mixtopf und machen zusammen Puderzucker. und bevor du den jetzt oben aufsetzt, kommt das dazwischen und dann geht es auf Stufe 10. Das sollte schon reichen und normalerweise, kennst du das ja, da ist hier schon eine große Staubwolke und der Mixtopfdeckel ist immer relativ dreckig. Und in dem Fall ist aber wirklich hier alles sauber und das können wir jetzt einfach entsorgen. Wichtig bei diesem Thermomix Hack ist natürlich, siehst du, dass du das wirklich nur beim Mahlen machst. Auf jeden Fall niemals irgendwie Küchenpapier beim Kochen verwenden, dann kann Druck entstehen und dann wird das Ganze gefährlich. Für Thermomix Hack Nummer 9 brauchst du deinen Garkorb. Wenn du nämlich nur kleine Mengen zerkleinern möchtest, zum Beispiel an Kräutern oder einfach nur eine Zwiebel oder so eine Handvoll Obst, dann spritzt das ja immer ganz gerne hoch an die Wände und an den Mixtopfdeckel. Das kannst du verhindern, indem du einfach, wenn du die Zwiebel oder Kräuter reingetan hast, den Garkorb oben drauf setzt und dann das Ganze erst zerkleinerst. Dann bleibt das alles schön unten, ist sozusagen wie der Mixi-Mizer, nur einfach mit einem Zubehörteil. Dann kommen wir auch schon zu dem letzten Thermomix Hack und zwar Nummer 10. Da dreht es sich um die Verfärbungen. Das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir vielleicht ein Ketchup gekocht haben oder was mit Curry. Verfärbt sich hier der Deckel, insbesondere das Silikon, ganz gerne. Das geht zwar nach einer Zeit auch mit der Spülmaschine weg, einfacher geht es aber, wenn du es dann mit der betroffenen Seite einfach nach oben in die Sonne legst und durch die UV-Strahlen geht das Ganze dann wirklich richtig schnell weg. Lohnt es sich auszuprobieren? Ich bin gespannt, ob du schon alle Hacks kanntest oder ob das ein oder andere noch neu für dich war. Schreib es doch gerne in die Kommentare, auch falls ich irgendwie einen ultracoolen Thermomix Hack vergessen habe. Und wenn du auch in Zukunft noch mehr solcher Tipps haben möchtest, abonnier am besten direkt den Kanal und drück die Glocke. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut und tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.